hey meine damen und herren ja komisch dass mein erstes video ein info wieder ist und nicht bei meinem release tag kommt aber das egal ich wollte euch mal was mitteilen was ich in diesem gespräch halten nicht eingeführt habe sobald ich weiß korrigiert mich wenn ich falsch liege es gibt nur die thumbnails also ich habe bei meinen ich muss kurz runter scrollen ich habe vor kurzem ein kollege der für mich wo ist das da sammels macht für meine qualitäts videos hier seht ihr noch mehr java bitte ja das übrigens ich und das video war auch ich aber ja ihr seht diese ganzen guten thumbnails und das war von da fuck ja hier von dem verset hier gemacht worden und ja was ich dazu nur sagen möchte ist wenn wenn ihr thumbnails mit diesem schriften hier sieht was er was er was sie halt immer bei seinen videos sieht jedes mal sobald diese diese schrift hier sehen solltet da wisst ihr bescheid dass es sein video ist oder oder halt ausgenommen bei diesen ganzen podcast folgen weil weil der es halt organisiert und wenn ihr halt so simple sachen wie hier siehst oder oder sonst was nur dann wisst ihr bescheid dass er das nicht ist also nur damit ihr bescheid wisst und ja das war schon alles noch eine schöne woche so